Hi! Ich bin's wieder, NYX ASMR. Heute habe ich ein neues Video mit meiner Schwester. Hallo! Und wir machen heute zusammen Slime. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Als erstes brauchen wir Wasser und dann machen wir einen halben Teelöffel Natron rein. Und dann... ... 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 um den Slime zu aktivieren sozusagen so Ich habe das Gefühl, dass ich es nicht so gut bin. 1. 2. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 10. 10. 11. 10. Da jetzt der Slime fertig ist, haben wir uns überlegt. mit kleiner Dekosteinchen reinzumachen Dekosteinchen reinzumachen Dekosteinchen reinzumachen Dekosteinchen reinzumachen Dekosteinchen reinzumachen Dekosteinchen reinzumachen Das war's für heute. Wir haben auch schon drei andere Slimes vorproduziert und die wollen wir euch jetzt zeigen. In diesem Slime haben wir blau und rote Lebensmittelfarbe gemacht und dann noch ein paar Deko-Teilchen sozusagen, wie zum Beispiel ein Bombo oder ein Herz. Der ist etwas klebrig. Ich glaube, wir machen da noch ein bisschen Kontaktlösung rein. Okay. 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 Das war's für heute. so Vielen Dank. so So, das war's jetzt mit unserem Slime-Video. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und falls ja, gebt dem Video doch einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, falls du das noch nicht getan hast und wir hoffen, wir sehen euch im nächsten Video. Bye! Bis zum nächsten Mal.